Willkommen zur nächsten Adventure Map Hallo meine Freunde So, damit willkommen zur nächsten Adventure Map Schneebälle sind dein Scorestandard auf diesem Schild So, ihr sollt auch alles besser laufen Hey Mr. Mora, ich wollte dich für eine richtig gute und vor allem lange Adventure Map bauen, aber damit dann doch die Zeit fehlt, gibt es hier eine andere kurze Map für dich. Es soll mehr oder weniger eine Parodie auf die ganzen mehr schlechten Maps sein mit ihren gesiegenen Labyrinthen und extremen Monsterkämpfen. Hoffe Es hat alles soweit geklappt und nun viel Spaß Regeln, keine Blöcke abbauen, du an der Blöcke setzen, außer Druckplatte nicht, cheatern Ach scheiß drauf Regeln, sind das üblicher? So, wir machen mal eben Nacht die Nacht Und damit willkommen zurück zu Adventure Map. Es ist heute Sonntag und Es ist ein schöner Tag und du willst deine Freundin besuchen gehen, dann mach ich das mal Wusstest du, dass hier ist ein friedliches Dorf Cool Du bist grad auf dem Weg zu deinem Hasi Richtig Als Was? Ich hab zwischendurch grad gekattet, ich böser Bube So Mr. Morgan, willkommen in meiner krassen Nabyrint Du wirst niemals rauskommen Du von außerirdischen entführt wurdest Was? Du von außerirdischen entführt wurdest Ich wurde von außerirdischen entführt Das ist ja ein krasses Labyrinth Ich hab Schneebälle gefunden, meine ersten Schneebälle Seid ihr auch so stolz auf mich wie ich auf euch Was? Ich muss sagen Es ist ein sehr krasses Labyrinth Ich hab's gerade noch so, hier die Geheimnisse zu finden Jetzt wird's heavy Jetzt wird's schwierig Gerade noch so Ich wollte mich grad beschweren Wie kacke das doch jetzt gerade ist Der ist aber böse Du, als klebt er das da sogar in der Wand Ne? Dann wird der jetzt richtig evil Hallo Oh Ich dachte, dass wohl ich seh das nicht, hä? Nicht mit mir Nicht mit Commander Ich bin dafür zu intelligent Als dass ich das nicht sehen würde Jupp, noob, noob Ein sehr schweres Labyrinth noch Also noch schaff ich's eigentlich Aber es wird schon schwerer Na 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 Hättest du noch ne Truhe So viele Truhe Wie, hier ist keine Truhe Das wird aber echt scheiße jetzt Also, das gibt gar nicht, ja Immer noch keine Truhen Ey, wir müssen mich doch verarschen Na gut, dann gehen wir mal hier hoch, ey What? Wie konntest du nur schaffen Durch mein oberer Was? Durch mein ober krasses Labyrinth Naja, das Quiz wirst du niemals überstehen Muhahaha Füßes Lachen Erste Frage Macht dir mehr Spaß? Nö, die ist voll Und used No hope, da sind Truhen Ich nehm jetzt Das ist unqused Denn das ist voll gar nicht cool Zweite Frage Was war dein Skin In dem ersten Adventure Mit Sonnenberg Jedenfalls die auf YouTube kam Super Mario Die König der Skin natürlich Link aus Zelda Jawohl, ja Schätzelein Jawohl, ja Schätzelein Geile Farbkombi oder Dritte Frage Kekse Äh 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 Ausrufezeichen Wir sind hier Wir sind da Titratulilalala Holt den was Du wirst bereuen Holt den Wizard Sir, die Wizard Sind uns ausgegangen Wie, nun gut Erkämpft von meiner Armee Äh, what? Oh mein Gott Das sind Schweine Schweine aus dem Weltraum Gut Ich würde sagen Ich greife die dann Am besten gar nicht an Obwohl Nein, tu ich nicht Ist Troy Ist auch ein schöner Name Natürlich ist ein Schwein Woher der Schweine Oh Gott, das war ein Fehler Fuck Das war echt Das war echt scheiße Das war wirklich dumm So ein bisschen Wo könnte er die Grube gebaut haben Da oben Ich hätte da oben Ah Der hat aber cool gebaut Eigentlich Ich kann alles einsammeln Ist echt überall verteilt Ne Das muss man ja hier mal So erwähnen So Ist alles weg Und das Schwert wieder nehmen Aber irgendwo wie eine Notiz Regeln Über die Map Ah Ah, ein Schwert Damit kann ich sie töten Ne, lass mal Hoa, fliegt weg Oh, den hab ich erledigt Guck mal her Guck mal her Nein Nein, du hast uns vernichtet Aber eins hab ich noch Muhaha Woher kommt da jetzt der Creeper Okay Ich werde einfach mal Du In die Luft gejagt Oder was Also das wäre jetzt uncool Wirklich jetzt Na gut Machen wir das Beste draus Fliegen nochmal kurz hin Da Da oben Da bin ich gestorben Wollte ich das weiß Ich hab's erraten Ne Ich bin meine Schneebälle Ja, die hab ich ja wieder Gut, dann machen wir das Survival Mode an Und dann Springen wir einfach mal In die Verdammnis Nein, nein, nein Okay, meine ganzen Schneebälle Sind weg Das Problem ist Ich konnte da jetzt nicht Speichern Weil mein Punkt Wo ich da Gedingst hab Schlafen sollte Der ist irgendwie weg Ich weiß aber nicht Wohin Das ist das Problem Einfach weg So Ha So Da ist ein Smiley Und ein Heil Wo muss ich denn lang Nicht wieder Nein Wo muss ich denn lang Wie komm ich denn da hin Ich geh mal wieder da hoch Moment Tun wir mal so Als wenn wir jetzt wieder gespawnt sind Wir wollen das ja vernünftig machen Hopp Und jetzt aber mit 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 Schmackes Ich Steh wieder anmachen Egal Ich sterbe Das war irgendwie jetzt fail Ich will meine Freundin doch nur besuchen Okay Nein Ich hoffe Ich hoffe Könnte ich auch einfach ein Bett hinbauen Aber das wäre irgendwie zu leicht Bet Nachmachen Bet hinbauen Bet löschen So Jetzt haben wir unseren eigenen Checkpoint Gleich Jetzt haben wir ihn Oh No Okay Es ist so heiß hier Ich bin am schmelzen momentan Ah Hopp Ich fahre hier immer runter Ich muss voll aufpassen Dass ich hier nicht verrecke Da habe ich es geschafft Und dann sterbe ich an der Fallhöhe Und nochmal in die Tiefe Und nochmal in die Tiefe So Auf ein neues So Jetzt bin ich tot Warte ich mal kurz Ohne Momente Und nicht hetzen Nein Ja Das akzeptiere ich jetzt nicht Nein Fuck Man hat sich gerannt Der Idiot Das ist so ein Hong Jetzt habe ich keinen Bock mehr Danke fürs Spielen meiner Map Hopp Wie sie halt dir gefallen Ist eine kurze Darin Ich bin mir noch in Arbeit Und mehr Zeit braucht Hoffe Dass die Mit der Der Parodie Hat Halbwegs Geklappt Zur Bewertung geht es Draußen Für Eigenbewertung Geh auf die Rückseite Was Map-Aussteller Aha 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 Okay Das war die Map Ich gebe der Map Ausnahmsweise mal Keine Zensur Ihr könnt gerne eure Meinung schreiben Das würde mich interessieren Und wir sehen uns dann in der nächsten Map wieder Bis dann und tschüss Bis Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020